Romy Big Brother Schock für Iris Klein, Todesfall lässt Traum platzen, bin aus allen Wolken gefallen. Iris Klein ist wegen eines plötzlichen Todesfalls in Trauer. Bei Romy Big Brother hatte sie von der Tragödie nichts mitbekommen. Jetzt weiß sie, ihr Traum ist geplatzt aus Rufezeichen. Ein Schock für Iris Klein, 56. Bei Romy Big Brother leben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen völlig abgeschottet von der Außenwelt in einem Container, da sie gar nicht einmal Nachrichten über Todesfälle durch. Entsprechend überrascht war die Mutter von Daniela Katzenbürger, 37, dass ein Wunsch von ihr jetzt erst einmal nicht mehr umsetzbar ist. Wie Iris Klein bei Romy Big Brother 2023 verritt, hatte sie für die Zeit nach dem Container schon große Pläne, sie wollte sich unbedingt von einem Prinzen adoptieren lassen. Der Grund, ich will nicht mehr Klein mit Nachnamen heißen, so die noch Ehlfrau von ihrem Ex-Partner Peter Klein. 56, der ebenfalls bei der diesjährigen Sat. Eins Schock dabei war. Romy Big Brother, Tragödie macht Iris Kleins Pläne zinichte. Die Scheidung des Paares ist zurzeit im vollen Gange, doch ihren Plan für die adlige Namensänderung muss Iris Klein vorerst verwerfen. Denn eigentlich war für die Adaption Alexander Prinz von Anhalt 52, vorgesehen, wie sie gegenüber der Bild erzählte. Wir hatten darüber gesprochen, wollten uns treffen und es besprechen, so Iris Klein, die schon kurz vor der Erfüllung ihres Wunsches stand. Doch Prinz Alexander starb plötzlich mit nur 51 Jahren am 27. November in seinem Haus in Lemberg in Nordrhein-Westfalen, da war die reality-TV-Berühmtheit noch bei Romy Big Brother und bekam nichts von dem Vorfall mit. Iris Klein war bis vergangenen Freitag, 1. Dezember 2023, bei Romy Big Brother, flog dann überraschend aus der Show. Ihr Ex-Partner Peter Klein konnte sich etwas länger behaupten und schaffte es auf Platz 3. Am Ende triumphierte Influencerin Jellis Kotz, 30, und nahm die 100.000-Euro-Sieg-Premier mit nach Hause. . Iris Klein. So soll es nach Romy Big Brother bei ihr und Peter weitergehen. Während Romy Big Brother flogen die Fetzen zwischen Iris Klein und ihrem noch Ehemann Peter. Doch auch nach der Show wollen sie sich treffen. Seitdem Iris, 56, und Peter Klein, 56, in den Container eingezogen sind, wurden bei Romy Big Brother viele Tränen vergossen. Mehrmals kam es zu Streitigkeiten und Konflikten zwischen dem noch Ehepaar. Doch am Freitagabend kullerten beiden aus einem anderen Grundtränen über die Wangen, Arm in Arm verabschiedeten sich die beiden voneinander, kommt es am Ende doch zu einer Versöhnung? Wie geht es nach Romy Big Brother 2023 für Iris und Peter Klein weiter? Im Video oben mehr dazu. Peter soll in die Katzenberger Familie zurückkehren. Nicht nur am Ende der Zeit im TV-Gefängnis näherten sich die beiden an, auch nach der Ausstrahlung wollen Peter und Iris weiterhin in Kontakt bleiben. Auch wenn sie aktuell ihrer Liebesbeziehung nicht nachtrauen, wollen die beiden nach Bildinformationen eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufbauen. Vor allem Iris-Töchter Daniela Katzenberger, 37, und Jenny Frankhauser, 31, würden sich den Familienfrieden wohl wünschen und sich angeblich freuen, wenn Peter wieder einen Platz in Iris' Leben einnehmen würde. Der 56-Jährige stand seinen Stieftöchtern bis zur Trennung sehr nah und nahm eine Vaterrolle ein. Auch für Danielas Tochter Sophia, 8, spielt Peter eine wichtige Rolle. Nach dem Auszug aus dem Container steht eines fest, Iris soll sich laut Bild ein Wiedersehen mit Peter wünschen, wenn dieser zurück auf Mallorca landet, um sich mit ihm auszusprechen. Sie wollen wohl klären, wie sie ihre Ehe friedlich beenden können und die Konflikte aus der Welt schaffen, um eine Freundschaft aufzubauen. Punkt. Nicht alle freuen sich über die Versöhnung der Kleinst. Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg teilten Iris und Peter alles miteinander und schienen untrennbar verbunden. Doch leider fand die Liebesgeschichte in diesem Jahr ein jähes Ende. Im Januar soll Peter während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp Yvonne Wilke, 41, näher gekommen sein, die als Begleitung für Jamila Rowe, 56, mitreiste. Dieser Skandal führte zur Scheidung, und Iris trennte sich noch vor Peters Rückkehr aus dem Dschungel. Heute befindet sich Iris in einer Beziehung mit Mr. T., während ihr Ex-Mann weiterhin engen Kontakt zu seiner Dschungelbekanntschaft pflegt. Doch was sagt Yvonne zu dem Versuch der Familienversöhnung? Laut Bild ist sie nicht erfreut über den Friedensversuch des ehemaligen Ehepaars. Untertitelung des ZDF für funk, 2017